einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde und ja heute ist ein bisschen speziell denn es gibt zwei russische songs heute zum schauen wir schauen uns die k an kenne ich nicht weiß ich nicht ich weiß nicht wer da ist noch nie gehört bin wirklich sehr gespannt wurde mir auch schon sehr oft geschickt habe ich noch nie geschaut ich weiß auch nicht wer das ist aber mal so nebenbei noch einmal und das werde ich jetzt in jedem video sagen ab nächste woche montag bin ich im urlaub zwei wochen in griechenland bitte ich werde keine reaction videos machen vlogs vielleicht schaffe ich noch ein video irgendwie zu machen im urlaub aber irgendwie kriege ich das hin ja also bitte nicht irgendwie viel schreiben ihr kriegt vlogs soweit aber wir schauen uns den jungen mann an ihr wisst ja ich liebe solche effekte ich mag die selber ich mache diese effekte selber und so was ich liebe das ich sag das jetzt noch mal zum tausendsten mal weil das 100 leute jedes mal frage ich übersetzt den text ja der text ist übersetzt ich habe ihn hier vor mir damit ihr nicht wieder mir irgendetwas schreibt ansonsten ja könnt ihr das machen das wäre natürlich jetzt bei diesem part richtig gar wo er geht so da hätte es richtig so ein noch ticke schneller machen können kein double time kein doppelte einfach fast flow ja so ein bisschen ihr könnt mir mal unten mal schreiben ist das wirklich ein rapper ich habe so das gefühl das ist eher ein blogger so kommt mir das so rüber irgendwie allein schon der channel name dk in c ich liebe diese kleine kleine effekte die machen dieses video ehrlich gesagt sehr lukrativ ehrlich war das nicht so in richtung putin so also video gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut ohne witz video mag ich ach ja habe ich gerade voll vergessen im instagram hat gerade der liebe ramirez sein album gepostet gab das datum am 19 kommt das raus also in drei tagen liebe leute ramirez neue album kaufen bitte ich bin ehrlich es ist ein guter rap ich sag mal es ist sogar ein gutes video aber es ist nichts für mich ich weiß nicht es hat mich irgendwie nicht hat sich boom gemacht im kopf aber ist gut danke fürs zuschauen schaut bei ihm vorbei tschüss ich bin auch ich Sie ich Vielen Dank.